Nummer 4. Die hohe Heizleistung und effektive Strahlung werden durch drei Carbon-Heizelemente gewährleistet. Hat eine Leistung von 2700 Watt. Sie können die Heizstufen wählen, um gleichzeitig einzuschalten, weiße Farbe, praktische Funktionsverwaltung auf dem Gerät oder mit der Fernbedienung. Der Wärmestrahler sorgt zu jeder Jahreszeit für eine angenehme Wärme auf dem Balkon oder der Terrasse. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Dieser Heizkörper ist für Terrassen und Balkone geeignet, sorgt für angenehme Temperaturen für alle, die sich auch bei kühlem Wetter gerne im Freien aufhalten. Der Heizkörper hat auch eine horizontale Schwingung. Das Carbon-Heizelement hat eine Heizleistung von 2000 Watt und sorgt für eine effektive Strahlung. Ein Timer ermöglicht die automatische Abschaltung. Der Heizkörper kann mit den mitgelieferten Tasten oder der Fernbedienung gesteuert werden. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Mit diesem Heizkörper werden die Ecken Ihrer Terrasse, Ihres Gartens oder Balkons angenehm warm. An kälteren Tagen bringt es Wärme. Der Infrarotstrahler kann überall flexibel positioniert werden. Heizt zuverlässig mit einer Leistung von 2500 Watt und kann sicher im Freien eingesetzt werden. Flexible Positionierung dank des höhenverstellbaren Ständers, der auch als Wandgerät verwendet werden kann. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Genießen Sie mit dieser Heizung auch an kalten Tagen das Vergnügen, im Freien zu sitzen. Dieser leistungsstärke Terrassenheizlüfter hat eine maximale Leistung von 2000 Watt und kann mit seiner Halterung oder an der Wand montiert verwendet werden. Der Ständer ist bis zu 2 Meter Höhen verstellbar und der elektrische Terrassenheizer eignet sich perfekt für Ihre Terrasse oder bei Partys im Freien. Es schafft eine warme und einladende Umgebung, während Sie das Vergnügen genießen, im Freien zu sitzen. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.